So, hallo und willkommen Freunde des gepflegten Computerschafts zur Rückpartie zwischen The King Element 10 MHz und Explorer Pro. Ja interessant, obwohl Explorer Pro 8-Bit ist mit 16 MHz, also nicht 32-Bit mit 20 MHz, hat dagegen das The King Element 10 MHz gewonnen. Das ist schon recht interessant. Spielstil, normal sogar. Lass dich doch lieber auf aktiv wieder rüber gehen beim Spielstil vom The King Element. Ach aktiv hat er ja sogar. Ach ich wollte erst normal machen, gab es dann doch nicht. So, das The King Element hat die weißen Steine. Aufnahme läuft, los geht's. E4, Buch 1, beides Meisterbuch. E5. F4 ist sehr gut. Als weiß er, dass er jetzt hier gewinnen muss. Ich weiß ja nicht, ob ich wieder viel Sympathien mache. Kann sein. Läufer C4. Den finde ich besser als beim Vancouver Springer C3. Das hat mir gar nicht gefallen. Springer C3 und da kommt Dame H4 Schach und der Vancouver MC König E2. Weil hier auf Dame H4 Schach kommt König F1. Das ist für mich ein Unterschied. Dann droht man ja Springer F3 die Dame anzugreifen, D3 und hat dann ein aktives Spiel. Deswegen finde ich Läufer C4 persönlich besser als Springer C3. Selber würde ich Königsgermit aber nicht anfassen. Weil das Problem ist einfach, ich mag dieses G5 nicht. Dann fehlt mir irgendwie, nennen das mal Killerinstinkt. Also auf den König, voll auf den König gehen, das fehlt mir. Alles was ich dann mache ist, wenn ich einen Bauern in den Gambit gebe, dann versuche ich den irgendwie mit positionellem Spiel zurückzubekommen. Also ich renne diesen Bauern hinterher. Aber direkt hier auf den König, direkt in der Öffnung auf den König vor allem. Da bin ich nicht so gut drin. Läufer C4. Angenommenes Königsgambit. Springer F6 oder D5 oder Dame H4. C6, Springer C6, D6. Das sind die Züge, die er alle noch im Buch drin hat. Also einer dieser Züge. Jetzt als Beispiel, rein theoretisch D7, D5 wäre dann nicht mehr im Buch. Wenn wir aus dem Buch draußen noch mit der Idee, Läufer D5 schlägt, Springer F6 quasi einen Bauern zu geben für die Entwicklung von Schwarz. Ein Gegengambit quasi. Quasi Königsgegengambit, wenn man so will. Da wäre es gar nicht mal so schlecht, D5. Also wenn jeglich stopflich D5 spielen würde, dann könnte er eh alles spielen. Diese unnatürlich stark spielende Maschinen, die könnten ja alles machen. Vielleicht nicht unbedingt Dame H4 schauen, dann Dame F2 schauen mit Dame Opfer für nichts. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie sogar das können. F7, E5. Also ich habe ja nichts irgendwie erzwungen. Er spielt von sich aus E5 und wenn Königsgambit kommt, spielt da von sich aus F4 schlägt. Ist ja nicht so, dass ich einfach irgendwie was zusammengebaut habe. Dass ich ihn jetzt dazu gebracht habe, irgendwie auf E4, B7, B5 zu ziehen oder sowas. Das wirft natürlich den King Element auch aus dem Buch. Solche Openings, die hat ja keinen Computer. Ich glaube, ich muss das einmassieren, weil es ist ein bisschen besser geworden. Auch die Hautfarbe sieht schon viel besser aus. Wie gesagt, ich weiß ja, woher es gekommen ist. Ich habe immer das Prinzip, Hauptsache ich weiß, wieso es dazu kam. Wieso sahen die Hände dann so aus. Wenn das irgendwie entstehen würde, ich wüsste nicht, woher das kam. Diese Sandblocker, die werde ich verschenken. Vielleicht stehe ich den Flur zum Verschenken oder was auch immer. Oder ich spreche Leute auf der Straße an. Hier nehmen sie mal einen Sandblocker, bis er nachher verhaftet. Er will sich alle umbringen. Die Rüsten haben den Sandblocker etwas hineingeschmuggelt. Jetzt meint ihr, der Lipo wäre es gewesen. Ich freue mich richtig. Deswegen erwähne ich das doch so oft in den Videos hier. Ich habe diesen Modena bestellt. Von Ebay. Da freue ich mich schon volle Pulle drauf. Weil es ist ein Hegener & Glaser Gerät. Das ist für mich wichtig. Also nicht Mephisto from Sightik. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber Hegener & Glaser muss das sein. Das ist für mich der Ausschlag, dann den doch haben zu wollen. Man hört wahrscheinlich, wie ich meine Hände verzweifelt rumreibe. Ich hoffe, das dauert nicht mal so lange, dann ist das wieder weg. Auf jeden Fall, die Hände haben schon einfach mal so eine natürliche Hautfarbe angenommen. Die sahen teilweise so aus wie bei diesen Horrorfilmen, wenn die so verbrannt sind. So, nicht ganz so krass, aber so in den Hang dahinten. Hier auch mal meine Beine Reißwunden hier. Der Lipo natürlich vollkommen schmerzfrei. Ich merke das gar nicht, wenn er sich die Hände so aufhört. Sieht, als wenn er blutet. Ja, Lipo oder Lipo, sie bluten wie an Schweinen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Na gut, ganz so extrem ist es auch nicht. Aber ich mag das The King Element. Das ist... Vielen, vielen Dank nochmal für das The King Element. Vielen Dank an alle Patreons. Auch den Boris. Auch wenn das mehr so... Hier diesen Boris Schachcomputer. Diesen Klappkasten. Da mag keine Spielstärke haben. Es ist so Museumseffekte. Ich habe zu meiner Freundin mal gesagt, da wollte ich mal los, bin ich erst noch auf Toilette gegangen, aber ja, kann sie nicht so lange das Museum angucken. Im Prinzip ist es doch... Also wenn man Schachcomputer sammelt, diese Retrogeräte, das ist ja quasi die Museumsabteilung. Da muss man auch diesen Hang zu haben. EF5E4 Da muss man irgendwie diese nostalgischen Gefühle zu haben. Ich habe mir auch diesen Commodore 64 Maxi geholt. Da ist deswegen Maxi, den gab es ja als Mini-Format. Und dann quasi das Gehäuse hat zwar die Originalgröße vom C64, man kann auch die Tasten benutzen. Er hat aber nicht alle Anschlüsse. Also modernere Anschlüsse, USB und so. Und HDMI. Und mit fest installierten Spielen. Und im Prinzip ist es eigentlich der Mini. Weil die Platine, die im Mini drin war, ist im Maxi rechts oben in der Ecke. Da mache ich gar nichts mehr mit. Also mich stört das eigentlich eher. Das sind da diese... Mikro-Schalter-Controller, wo man dieses Klicken hört, wenn man diesen Stick bewegt. Also mir ist das zu abrupt. Ich bin dieses Analog-Stick-mäßige schon eher gewohnt. Dieses ruckhaft in diese Richtung drücken die Kontrollers. Das irritiert mich heutzutage eher. Damals waren wir es ja gewohnt. Und jetzt mache ich damit gar nichts mehr. Also da... Es gibt auch Leute, die können sich da reinsteigern. Die haben auch... Es gibt einen, der hat einen YouTube-Kanal. Nur über C64-Spiele und sowas. Der hat sich daraus spezialisiert. Dieses Jahr hat da die 1000 Abonnenten überschritten. Aber ganz ehrlich, es reichen ja nicht nur 1000 Abonnenten. Gut, da kann man dieses Monetarisieren machen. Da bin ich rein... Ich kenne einen Kanal, der hat auch über 1000 Abonnenten. Dann hat das trotzdem wenig Aufrufe. Weil jetzt glaube ich da völlig 30 Aufrufe habe. Dann kriege ich nicht mal ein, zwei Daumen hoch. Ich glaube ganz übertrieben formuliert wäre es dann sogar besser, wenn man nur... Meinetwegen am Ende hätte 2500 Abonnenten. Also man müsste schon monetarisieren können. Und dann würden die Videos... Ich übertreibe mal. Dann würden die Videos so 2,6 Millionen Mal aufgerufen werden. Das wäre immer noch besser, als wenn man einen Kanal hätte mit 20 Millionen Abonnenten. Und die Videos werden, ich übertreibe wieder mal, nur 120 Mal aufgerufen. Also die reine Abonnentenzahl zählt ja nicht. Wenn ich beim Domtendo sehe, der hat 2,5 Millionen Abonnenten oder was da hat. Das ist natürlich immer noch gute Zahlen. Aber man bedecke 2,5 Millionen Abonnenten. Und damit hier 80.000 Aufrufe, 30.000 Aufrufe. Selbst wenn es 100.000 ist. Da fragt man sich, wo sind denn die 2,4 Millionen? E4 von F6. Nein, F6 von E4. Jesus. Irritiert den zarten Lipömer. H6, F6. Hier sieht man auch das Problem, was ich mit dem Königsgang mit habe. Weiß läuft diesem Bauern hinterher. Und das ist das, was ich auch nicht so spannend finde. Hochieren kann auch nicht mehr. Jetzt sollte man vielleicht D2, D4 ziehen. Und dann, ähm, ich glaube der Königsgang mit, weiß ich, ist 1040 Positionen pro Sekunde. D4, Springer C6. Das hat er eigentlich die Position pro Sekunde an. Sekunde. Suche, Taste Info. So. So, das sind die Züge. Info. Info Nummer 8. D2, D4. Und dann hier kurz mal weiter gucken, was er noch anzeigt. 8,1. C7, C6. 5000, also 5000 Positionen pro Sekunde. Also dann rechnet er wahrscheinlich Bruce Force. Und das ist die King Element selektiv. Hm. Vielleicht König F2 jetzt. König F2, Turm E1, Schach. Dann wird vor Läufer E7 kommen. Oder, ja, König F1, Turm, äh, F2, Turm, F1, König G1. Das ist alles so ein Brechstangen-Königsgambit. Also mir gefällt das Königsgambit nicht. Allein solche Stellung, die strebt doch keiner an. Da kommt irgendwann G7, G5. Was willst du da machen mit G3 am Königsflugelhebeln, wo ich rochiert habe? Ebenfalls kommt noch C6, D5 und Läufer D6. Ich glaube König'sgambit kann man, ja, so auf Vereinsniveau. Weiß hat 2100 Elo und Schwarz hat 1850 Elo. Und Schwarz kennt das König'sgambit nicht so gut und Weiß kennt das perfekt. Dann kann man es natürlich spielen. Aber solche Stellung würde ich nicht anstreben. Achja, Lipo, da musst du durch. So, G3, jetzt gibt das schon freiwillig den. Bauern endgültig, also jetzt ist es endgültig ein Gambit. Deswegen ist König'sgambit ja auch eher ein Gambit als Damen-Gambit. Weil Damen-Gambit, wenn Schwarz den Bauern halten kann, hat Weiß massiv was verkehrt gemacht. Und König'sgambit, wenn Schwarz den Bauern halten kann, ist es normal. Oder, ja, es gibt natürlich Varianten, die den Bauern nicht halten. Ich glaube, es gibt da ganz wenig Großmeister, die König'sgambit spielen mit Weiß. Meine Güte. Ich meine, Boris Spasske hat das früher gespielt, König'sgambit, aber heutzutage alleine doch schon durch die Computer. Wenn die das durch den Computer laufen lassen als König'sgambit die Varianten. Da kannst du es erst recht vergessen. C8H3. Also das hat doch eher so den Charakter als der Schwarzengambit gespielt. Er hat wunderbar die F-Linie bekommen. Schwarz hat ja quasi das bekommen, was er nicht bekommen hat. Schwarz hat sogar mehr Bauern. Und hat die F-Linie. Und kann rogieren. So, das sieht ja nicht so gut aus hier für das King-Element. Auch positiontechnisch scheint er viel mehr Position zu berechnen hier. Und das ist jetzt endgültig hier, dass es kein so bekommendes Bauern mehr geben wird. F4 schlägt, F4 schlägt. Turm, Turm, G8, Schach. Das steht zwar 0,13+, aber ich glaube da nicht dran. F4 schlägt, F4 schlägt, König F2. Jedenfalls eine interessante Partie. Mifissovenkova spielt auch König Skambit. Mifissovenkova spielt auch König Skambit. Wohl der MF5 hat glaube ich, ich habe das mal spielen lassen. Ähm, ich glaube der MF5 hat einer wenigen von den Edge-Screw, dass sie mit Dame H4 Schachpartien gewonnen haben. Dame D3 Ja, ich vermute, mein F hier steht kann es sich nicht ohne Wattes erlauben Das Weiß steht auch so mäßig Also ich würde mich nicht wohlfühlen Also wenn ich meine Hände jetzt so angucke die haben zumindest sagen wir mal die Hautfarbe Tendiert wird ja zu normalen Rote abführe ich aber trotzdem noch Die Hände dick eincremen müssen dann mit weißen Handschuhen Die Arme jucken auch nicht mehr so sehr Tja, man muss eben Ich habe eine empfindliche Haut Ich musste aufpassen Und sagen wir mal so Ich bin eh kein Sonnenanbieter Ich laufe quasi von Schatten zu Schatten Also in die Sonne liegen mit Sonnenbräunung und so mache ich sowieso nicht Ich habe irgendwo tatsächlich mal gelesen Das fand ich auch so interessant Sekunde, Dame D3 F8E7 Das fand ich auch so interessant Im Solarium Wo man sich drunter legt mit diesen Es sind keine Neonröhren aber die sehen nur so aus Dieser Unter diesem Sonnenbankteil Da soll man auch Hautkrebs kriegen können Das hat mich überrascht Ich war auch noch nie einer der irgendwie braun werden wollte Warum? Ich finde das sieht sogar total weird aus Wenn so Leute so extrem Sonne tanken am Strand oder was auch immer Dass sie quasi schon So eine dunkelbraune Hautfarbe bekommen Dass sie irgendwie total weird aus Ich habe nichts gegen die Hautfarbe Es gibt Leute Ich habe sehr viele Schauspieler Denzel Washington und so weiter Die ich sehr gut finde Also für mich spielt das keine Rolle Welche Hautfarbe die haben Hm Also Weiß Fängt zumindest an Seine Figuren aktiv hinzustellen G4 Ich glaube G4 für Schwarz Würde dann doch eher den Läufer zu abklemmen G4 Springer H4 Man fing F3 König F2 Ja man könnte dann noch auf H5 H4 hebeln Die meisten Felder Der Läufer dann nicht mehr Auf H3 Den würde man sich erstmal Vom Spiel raus Aus dem Spiel rausnehmen 0,20 plus Ich werde gerade gegen wen Ich Mifis 2 spielen lassen Auf 30 Sekunden pro Zug Wenn es den Level da gibt Man könnte theoretisch Aber bestimmt auch so machen Dass man Ja eben 30 Sekunden abwartet Und dann Enter drückt Das dann selber regelt Falls er 30 Sekunden nicht hat Pro Zug Dann macht man eben Vielleicht im Tausch das M6 Modul Aber ich weiß nicht Wäre natürlich witzig gewesen Wenn man in Roma 2 Eprom technisch hätte umrüsten können F5E4 Aber das geht nicht So wie Dallas 16-bit So Roma 16-bit Dings halt auch umgekehrt Dann würde es mich ja interessieren Schreibt mal in den Kommentar Ob es Leute gibt Die das hier gucken Die zurückgerüstet haben Die dann quasi Die das Roma Eprom Gekauft haben Haben das in den Dallas Reingemacht Und haben dann Eine Zeit später Dann doch den Dallas Wieder zurückgemacht Vielleicht gibt es auch Leute Die sich den Keinmal bin ich vorstellen Oder wie man das Eprom herkriegen Die sich den Roma 16 billig gekauft haben Und dann das Dallas Eprom Reingemacht haben Das muss man auch so herkriegen Theoretisch könnte ich bevorstehen Wenn einer einen Eprom Brenner hat Dass er das auch selbst machen kann Die Hände kriege ich schon Ein wenig eine gesunde Hautfarbe Sehr schön Mehrmals am Tag Verwenden Diese Heilsalbe Ich überlege schon Ob ich Indiana Jones Ins Kino gehe Der kommt ja Ende des Monats 30. Juni Oder wann er kommt Ich war ja sogar Eine Kristallschädel im Kino Den fand ich auch ganz gut Muss ich ehrlich sagen Also ich fand Indiana Jones Das Geheimnis des Kristallschädels Irgendwie sowas Ich fand den gut Ich gehe aber auch ohne Erwartungen In die Filme Ich erwarte jetzt nicht Dies oder jenes Und wenn ich das nicht geliefert bekomme Dann ist der Filmfilme schlecht Läufer E4 War ich gar nicht gegangen Läufer E4 schlägt Bauer E4 schlägt D5 Kommt da mit C3 schlägt Daufer C3 schlägt Ja das wäre vielleicht noch gegangen F3 schlägt C6 schlägt Minus 1,13 Das sieht aber gar nicht gut aus Für den Für das King Element Also irgendwie Dann müsste ich eigentlich auch Bald mal irgendwie So ein Match machen Aus Spaß Master Schiss Gegen Explorer Pro Müssen wir mal nachgucken Was der MM6 hat Der MM6 muss ja schwächer spielen Als der Explorer Pro hier Aber wie gesagt Die 36.000 Halbzüge Die er angeblich eine Bibliothek hat Wo man sieht dann ja das öfteren Ausgelesen so und so viel Dann haben die vermutlich so Stellung Bezug um Stellung mit gezählt E4, E5 Springer F3, Springer C6 Das wären 4 Halbzüge Sekunde Es würde theoretisch aber auch gehen E4, Springer C6 Springer F3, E5 Das im Prinzip sind es auch nur 4 Halbzüge Das ist ja die gleiche Stellung Man kann es aber auch aus 8 zählen Jetzt kann man dahergehen Ganz clever dahergehen Springer F3, Springer C6 E4, E5 Da haben wir schon 12 Dass die das so wohl zählen Also die Zugwiederholung Ganz schrecklich war mal Da hat einer D4 gezogen Der andere C6 Da war dann der Hm Hm Fidelity war das Der war dann aus dem Buch D4, C6, Out of Book Hat E4 noch gezogen D5 war trotzdem nicht mehr im Buch drin Das war interessant Da hat ein Mephisto wieder Wenn er D4, C6 spielen würde Und Out of Book wäre Und dann würde man E4 ziehen D5, dann wäre er wieder in der Partie drin Dann wäre er wieder im Buch Das habe ich schon mal erlebt Das King Element war dann Out of Book Hat so ein, zwei Züge gerechnet Und dann plötzlich war er wieder im Buch Und dann stand auch die Variante Da stand da die und die Eröffnung Wobei natürlich das King Element Es nicht mehr macht wie der Polter damals Der erst schreibt russische Eröffnung Dann wird es vier Springer spielen Und dann bleibt er trotzdem bei Russisch Oder einmal war ganz wert Irgendwie D4 Springer F6 D4 Springer F6 C4 E6 Dann schreibt er Damenindisch Dann C4 Dann schreibt er auch B6 So nach dem Motto Das macht das King Element natürlich nicht Der wechselt zeitweise mehrmals die Eröffnung Die Eröffnungsschlüssel und allem Ich schreibt er am Anfang erst russisch Dann schreibt er vier Springer spielen Und dann wird es vielleicht noch mal was anderes Mit der Öffnungsschlüssel und allem Da hat er natürlich auch mehr Speicher Wenn man 64 Kilowatt Speicher hat Das ist ja jetzt auch nicht die Masse Ich muss dann die Hals aber wohl richtig einmassieren Wie ein Masseur Das ist immer nur weil ich was er gezogen hat Also die King Elemente natürlich mit Supreme Tournament Ganz klar auf eins in meiner Liste In meinem Top 10 Tournee großes Brett The King Programm Stufenlos von 10 bis 300 Megahertz Und so weiter und so fort Quasi Task R30 im Geiste Absolut auf Top auf Nummer 1 Und dann Das ist ja Brett unabhängig Also ich kann dir nicht sagen Genius exklusiv Weil der ging an diesem Supreme Tournament ja auch H6 G5 Ja den würde ich dann aber auf 2 nehmen Weil ich sage quasi gefühlt Dann hat man ja quasi so ein WM Gerät von damals Mit 50 Megahertz Ich glaube der hätte ja bei der Mikro WM damals mitgespielt Die Eckfelder die reagieren Die muss ich schon mit dem Finger betätigen Das ist so ein ganz flacher Turm deswegen Ja das Problem ist halt das was Ja Weiß öffnet sich das Spiel am eigenen Flügel Wo er hinrochiert hat Was steht auch ein bisschen luftig Aber doch ein bisschen sicherer Selbst wenn Dame A6 Schach käme Man könnte im Grunde genommen König D7 ziehen Gutsprenger E5 Schach König E6 Ja ganz so sicher steht da auch nicht Die Dame muss ja erstmal nach da hinkommen Dame A5 muss ja erstmal machen Minus 1,73 also Das ist kurios Gegen den Masterchef war das so offen Und hier geht er so ein Das hat einfach einen anderen Spielstil Der Explorer als der Masterchef Ich würde es auch normalerweise annehmen Wenn ich jetzt Den Explorer gegen Masterchef spielen würde Dass der Explorer einfach verlieren würde Weil der Masterchef einfach mehr Rechentief hat Da geht schon ein Keller in Minus 1,94 Turm F2 Das ist einfach kühl Ist damit auch nicht die beste Wahl Tja entweder finde ich jetzt den Wunderzug Oder es ist pleite Oder schwarz müsste massives Blackout haben Jetzt droht das schon Läufer schickt F3 Also Dame A3 geht nicht Dame A5 Läufer F3 Dame A6 Schach König D7 Dann hat er keine Sprenger E5 Schach mehr Minus 2,73 Das sieht nicht gut aus Zumindest meine Abschürfung Wenn durch das viele Heilsalben Die Creme auch gut abheilen Ich habe kein Wasser drauf Das blutet ja nicht oder sowas Im Sinne der Heilung ist es ja schon Ich bin ja immer gewohnt mit meinen Händen Ist ja nicht, dass das zum ersten Mal ist H3, H1 Aber Mac angesagt wird trotzdem noch nicht hier Studien Ich habe noch nie mit einem Schachcomputer Die darin gespeicherten Partien nachgespielt Ihr könnt das mal in die Kommentare reinschreiben Ob ihr das mal gemacht habt Das gibt ja so Schachcomputer Da sind die irgendwie 100 Partien gespeichert 100 Großmeisterpartien gespeichert Ich habe da noch nie irgendwie Partien nachgespielt Dann ist da in der Anleitung hinten Ist da die Liste mit den Partien Die dann da gespeichert sind Wenn man im Zweifelsfalle einfach den PC hätte Der wäre ja dann doch besser für sowas geeignet Ja da muss doch irgendwie Dame F3, Dame D4 Dame F4 Irgendwie ein Schachgebot Also ohne Damentausch Minus 4,44 Turm F3 Dame E6 Schach Jetzt geht es allmählich den Bach hinunter Tja Das ist interessant Dass der so klar verliert gegen den Masterschiss Wer verkündigt damit auch nicht die beste Wahl Das kann man so als Zum Fun Ach du musst ja schon dazwischenmoven hier Jesus Ach da wird die Simpati auch gleich gelaufen hier Wie klar der gegen den Masterschiss verliert Der wird noch nie mal genommen Ist ja eh noch gefesselt Tja Der reichen kann die 10 Megahertz Und 20 typisch mal wären wir ja zu viel Aber was sagt das über Masterschiss aus Wenn der Explorer ihn zweimal so locker umhaut Und der Masterschiss hat ja auch Partien verloren Was sagt das denn über 32 Bit aus Also das was der Masterschiss schafft Mit 32 Bit und 20 Megahertz Das schafft der Explorer mit 8 Bit und 16 Megahertz Vor allem wer kam ja nicht eher raus Kam der Masterschiss zuerst raus Der Masterschiss ist der Milano Pro Wer kam der eher raus Und das ist ein weiterentwickeltes Programm Aber ich weiß nicht Da mit E3 Tja das sieht nicht gut aus in diesem Land Bauer E3 schlägt Was würde er denn machen? Turme Wachtschach Was macht er denn? C8 B7 Hier werden keine Konterschancen übrig gelassen Hier mit Dame A6 Schach Und dann Turm F8 Schach Und König D7 Und was weiß ich hier Dame C8 Schach Keine Chance Keine Gnade Ich glaube das einzige was Weiß noch helfen würde Wären selektive Aussetzer von Schwarz Kommt zwar selten vor Aber es ist nicht dass es nie vorkommt Weiß Schwarz müsst ihr einen Zug machen Und Ja Turm F8 Schach Einen weißen Gegenzug total übersehen Habe ich auch schon erlebt Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt Schwarz macht Dame H4 Ich glaube da hat sie über einen Plus gewertet Und Weiß macht Dame F3 Und in dem Moment sieht Schwarz Dass er zweizügig matt wird Das war nur irgendwie Noch nicht mal so ein Kracher matt Das dauerte deswegen zwei Halbzüge Weil Weiß noch Noch seine Dame spucken konnte mit Schach Die genommen werden musste Und deswegen weiß er es im zweiten Halbzug matt Das hat er total übersehen Witzigerweise hat Bruce Was hat das gesehen Wo er dann alles gerechnet hat Da hat er gesehen Aber da König H4 geht ja nicht Wird ja matt Und hat König H6 gemacht Sehr richtig rausgerechnet Das ist ja wie Kandidatenzüge Die man sich macht Man rechnet ja Wenn unser 1 spielt Wir rechnen ja nicht alles durch Wir nehmen dann den und den und den Zug Das sind die Züge die uns gefallen Und die rechnen wir dann durch Und dann am Anfang Drei Züge würden wir durchstellen Weil wir die toll finden würden Oder plausibel Und den vierten Zug Würden wir gar nicht reinnehmen Und diesen Gegenzug von Schwarz Wenn wir gar nicht in die Varianten reinnehmen Dann macht Schwarz den Zug Und wir können instant aufgeben Quasi ein Blackout Alles das bei Computern auch gibt Ist auch interessant Ist nicht die Regel Aber kommt schon mal vor Beim The King Element Kann ich mir immer noch sagen Das ist ja die schwächste Stufe Ich habe übrigens den Den Masterchef auch mal Gegen den Was war das denn hier Gegen Star Diamond spielen lassen Da hat der Masterchef Eine Partie gewonnen Und eine Remis Auch nicht uninteressant Da sollte man auch meinen Weil ja Dame F8 Schach Also König Ja König D7 Turm F7 Schach Läufer nach E7 Wer mir den schlägt Dame schlägt Dame F5 Schach Das ist aber kein Towerschach Käse Mist Ich habe erst gedacht Das wird Remis werden Ich frage mich aber Wo die ganzen WM Pokale stehen Hat der Richard Lengue Bei sich zu Hause stehen Diese Das gab ja Pokale Für Mikrocomputer Weltmeisterschaft Das gab eine WM Da hatten die extra Von Computerschaft und Spiele So Pokale in Auftrag gegeben Das war so Wie so ein Globus obendrauf Aus Glas Irgendwie von seiner Glasmanufaktur Die Sand total geil aus Ob er der Richard Lengue Was ich zu Hause hat Weil rein theoretisch Wenn die beiden Mephisto geblieben wären Bei Higgenau und Glaser Wären die ja auch an Seite Hier rüber gegangen Oder hat Higgenau und Glaser Dann gemacht Hier Was ja auch theoretisch möglich wäre Dass die dann Gemerkt haben Higgenau und Glaser löst sich auf Und verkaufen die den nichts An Seite Dass die dann den Programmierern Die Pokale geschenkt haben So nach dem Motto Wir müssen dann sowieso An Seite abtreten Oder als seitig Von Mephisto aufgekauft wurde Ob dann einfach Die Lager geleert wurden Ich weiß ja nicht Ob das so war Ob manche Geräte Dann quasi an die Angestellten Verschenkt wurden Bevor das dann Also nicht Der Vertrag war nur nicht unterzeichnet Also man weiß Nächste Woche wird es verkauft An Mephisto Dann wird der Vertrag unterzeichnet Und vorher Werden an die Angestellten Noch als Trostfasser Noch die Geräte Verschenkt Dass dann quasi Lager leer sind Oder günstig verkauft Dass wenn das dann Dann verkauft wird Dass die ganzen Geräte Nicht da mit drin sind Im Kaufpreis Minus 9,97 Ende im Gelände Das ist dann doch zu pleite So 2 zu 0 Das überrascht mich jetzt hier Tschüss Bis zum nächsten Mal Das überrascht mich jetzt hier Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal